Hallo, ich bin Marco von AuthenticGermanLearning.com. Eine Deutschlernende hat mir geschrieben From when I was a little girl, I wanted to learn German. Ja, schon als sie ein kleines Kind war, ein kleines Mädchen. Da wollte sie schon Deutsch lernen. Warum? Because I remember I saw an episode of Heidi Cartoon, then the language stuck in my head. Also sie hat ein Cartoon gesehen und die Sprache ist ihr im Kopf geblieben. That's why I started to love it. I'd love to speak German like a native speaker. Deswegen hat sie angefangen es zu lieben und sie würde richtig gerne wie ein Muttersprachler sprechen. That's my dream. Das ist ihr Traum. Und ich möchte das mit euch teilen. I want to share that with you. Weil dies ganz wichtig ist, dass man eine gute Motivation hat oder ein Erlebnis, wo man sagt, deswegen möchte ich Deutsch lernen. Ja, it's important to have motivation. It's important to have that thing like, oh yeah, like, wegen diesem Grund möchte ich Deutsch lernen. Diese eine Sache hat mich so begeistert. With this one thing excited me very much. That's why I want to learn German. Und dann hat man viel mehr Motivation. You have a lot more motivation to learn the language. Vielleicht musst du einfach Deutsch lernen wegen deinem Job. Maybe you have to learn German because of your job. Aber du hast bestimmt ein Erlebnis mit der deutschen Sprache gemacht, das dich begeistert hat. Maybe you have one event where the German language excited you. Und nimm dir diese Erlebnisse. Behalte dir die im Kopf. Behalte sie dir im Gedächtnis. Keep those in mind. Those moments. Weil sie dir nämlich helfen werden. They will help you. Und so kannst du deine Motivation aufrechterhalten. So kannst du... Das ist die Motivation, die du brauchst, um eine Gewohnheit zu formen. Zehn Minuten am Tag. Deutsch. That's the motivation. That will give you the motivation you need to form a habit. Eine Gewohnheit. Ten minutes a day. Okay? Zehn Minuten am Tag. Und das wird dir dann sehr viel helfen mit deiner Motivation und mit deiner Gewohnheitsformung. It will help you a lot with your motivation and your habit-formation. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Und dann Whisperhen. Das ist sehr zwei Meterаешь.